Schnauze! Hilf mir besser! Schlingersandgalaxie! Was haben wir denn da Schönes? Mal nachschauen, ne? Schau mal noch nach! Schau zu! Die spektakuläre Schlingersandfabrik! Safari! Safari! Klingt interessant! Aha! Sieht nach einer Rallye aus! Aber gut! Wie soll man das hinkriegen? Mal schauen! Sieht schon mal interessant aus! Ich habe das von Sonic Lost World! Wobei das natürlich älter ist hier! Also älter als Sonic Lost World! Nicht äh... Sonic Extreme oder wie es heisst! Okay, das heisst wohl ich muss hier ein bisschen mehr Jumpen als übrig! Okay! Komm ich da so rüber? Ja! Nein! Komm ich nicht! Doch! Aber so! Mario, willst du bitte anständig springen? So geht's aber auch! Äh... Ich wollte nicht da rein! Oder wollte ich? Keine Ahnung! Ich sehe sie dann! Oha! Ein alter Tünnlicher Super Mario! Kennt man doch! Ja, ja! Ich betreibt halt! Äh... Da war die hoch! Da war die hoch! Da auch! Was ist jetzt dann alles? Okay! Gebt genüge Münzen! Nice! Toll! Ah, ich kann auch so! Okay! Weiß ich jetzt auch schon Bescheid! Nein! Ich wollte nicht da rein! Oh, Mensch! Wir helfen könnt ihr ja! Ah, ich verstehe wie's gemeint ist! Alles klar! Oh, wir sind ja wirklich weit gekommen, ne? Okay! Und weiter geht's! Ich bin jetzt gespannt! Die Hände trocknen! Ich schwitze wieder wie Sau! Nur an den Händen! Ich war nicht unterfallen! Hab ich auch nicht vor! Aha! Sieht ja interessant aus! Das geht auch mal kaputt! Nein, sonst sein muss! Einfach mal vorne bleiben ist meine Devise! Ich werde uns natürlich auch noch nerven! Dann nerven halt! Aber nicht lange! Ja, du kannst mir gar nix! Gut! Arschloch! Sollen wir die wohl beigen, ne? Haben wir hier mal einen Checkpoint gehabt? Yes! Dankeschön! Sonst wäre es mühsam geworden! Aber gut programmiert, ne? Kann man nicht viel sagen! Bam, bam, bam! Hab ich hinten auch nicht! Hm, bringt aber nicht viel! Du, ich geh's mir weg da, ne? Aha! Äh, okay! Teehehe! So geht's auch! Schön behindern! Was? Was? Was ist denn jetzt gewesen? Was? Warum so passt? Ich hab gar nicht auf die Plattform geschaut, muss ich ehrlich zugeben! Na gut! Ne, sonst haben wir nicht so viel Stress! Was? Einmal zu treffen den, oder wie? Ja, das reicht! Das reicht! Das reicht, entschuldig! Nein! Nein! Nervt mich! Nein! 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 Der hat mich getroffen! Was? Okay! Ich dachte jetzt schon! Okay, das war jetzt fies! Ich dachte, ich treffe den noch! Aber den hab ich getroffen! Oha! Jetzt wird's tricky! Aber nicht möglich! Da, 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 da! Immer nach vorne schauen! Immer nach vorne schauen! Sie kommen immer wieder! Das ist... Nett! 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 Okay! Wenn ihr sonst nichts zu tun habt! Heide Witzka! Heide Witzka! Heide, heide! Komm schon! Und... Ein kleiner Sprung für mich! Ein grosser Sprung für die Games-Welt! Und den haben wir jetzt auch! Gut! Lassen wir uns den Ziel gelagen! Oder so ähnlich! Wie kommt das nächstes? Was? Bald hundest Sterne! Von wie vielen? Keine Ahnung! Ach, halt den Schnabel! Also nervst du! So, dann haben wir... ...den haben wir... ...den haben wir... ...hier noch ein Comic-Coin! Und so ein Schaube nach Komet! Was haben wir denn da Schönes? Juhu! Genau! Meine ich doch auch! Risikokomet! Megamurks für Profis! Oh Gott! Ich ahne Schlimmes! Okay... Muss nicht schlimm sein! Muss ich nur noch den besiegen? Oder muss ich das ganze Level durchtönern? Anscheinend das ganze Level! Mit dem Übrissen seines... ...alten! Und mit einem Level... Ja halt! Ja! Also euch bitte jetzt alle... ...wenigsten! Jaja! Schöter Leben! Dann gehen wir mal rauf! Geht nicht! Wo komm ich denn da hin? Weißt du was du nervst einfach nur? Weißt du das? Geh nach Hause! Mann ab! Wär ja auch nicht mal so übel! Wisst ihr ihr nervt? Geh weg! Geh nach Hause! Was ist das? Genau das wollte ich eben nicht! Ja! Wahnsinnig! Kann man hier nicht mal... Ah ja! Genau euch habe ich... Ja! Und so kann es gehen! Wenn ich empfinde wie es ist wie Kunde nicht mehr dran denkt! Wo kam der raus? Wie klein ist das Plateau eigentlich? Also echt jetzt? Halt doch mal den Rand! So! Dich will ich... Ob der mich schon nachgedackelt? Das ist doch nice! Oh! Er hat mich wenigstens nicht getroffen! Kommt nochmal was? Hallo! Blöder Sumpf! Äh Kamera? Ja! Ja! Hier bin ich! Komm her! Yes Sir! Respondi? Ja! Nein! Falscher Wicht! Ja nein! 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 Ach da vorne kamen wir hier raus! Könntet ihr eigentlich mal den Schnabel halten ey! So! Es gibt einen Grund warum ich die Toads mittlerweile echt hasse! Die unnötigsten Charaktere in der Videospielwelt! So! Hepp! Hepp! Nicht jetzt! Und die fallen noch runter oder was? Das wäre auch noch nice gewesen! Ne.... Ihr NERVT! Wenn ich sagen jemand nevита und hat Ni seo einen Grund! Hi! Komm mit mir... So Toadie war in Mario 64 ja noch also in Mario Kart 64 ja noch einigermassen erträglich aber toll! Da konnte halt noch eine richtige Stimme so Wahoo! Und yeah! Und wow! Aber hier nur noch... Wie ein kastrierter Ernauch. So. Okay, jetzt bitte hier hin. Dankeschön! Und jetzt? Dahin? Okay, wie sie belieben. Boom! Geht mir gar nichts. Ach, ich muss euch besser oder was? Dann halt, dann mach ich's halt. Wenn ihr unbedingt wollt! Nicht ohne, dass ihr sonst nicht leben könnt. Dann tue ich euch natürlich den Gefallen. Hier ist kein One-Up oder so, oder? Ich frag ja nur. Nöö, hier nicht. Und wie sieht's hier aus? Auch nicht. Geil zu Hause. Haben wir wirklich nichts. Ich hab auch keine Ansicht von hier. Okay. Okay. Und da ist auch nichts, hab ich gesehen. Oder? Ganz sicher gehen. Wann hab ich's ja ein Geschenk? Ach nee, da kam ich ja hier. Okay. Okay. Gut. Da geht's. Ab zum Boss. Nimm ich jedenfalls mal an. Oder? Nein, noch nicht. Und Checkpoint und so haben wir auch nichts. Naja. Ja, ich kapier's. Man muss da hinziehen. Den ausweifern. Das ist einfach nur unnötig jetzt. Das war jetzt unnötig, ey. Unnötig as fuck. Jetzt weiss ich jetzt, wo ich hinziehen muss. Hallo, könnt ihr eigentlich mal sterben? Oder so ähnlich. So, der verfolgt mich übrigens. Das ist praktisch. Aber ist dümmer als Haferkeks. Komm schon. Echt jetzt. Ich sage komm hier. Das ist eine Einladung für dich, Burschi. Kommst du? Dankeschön. Er hat in letzter Grunde gedacht, ich helfe jetzt Mario. Ich helfe jetzt Mario. Ja, die warten auch schon. Von mir aus. Hi. Und tschüss. Nee. Danke. Will nix von dir. Aber von dir. Oh yeah. Ja. Hoffentlich gibt es da einen Checkpoint. Ja, da muss man den ganzen Käse nach Mara latschen. Na ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, diesmal. Aber... Ja. Von mir aus. Vielleicht die feine englische Art. Aber gut. Ja, komm her. Oh yeah. Ich bekehre dich zum Guten. Oder so ähnlich. Bin auch niemand beim Boss, ey. Das ist ja geil, oder? Wuhu. Fahre nicht tun, der Burschi. Sonst kriegen wir zwei Stress. Wieso hat das jeden eigentlich nicht getroffen? Ist doch ein Witz. Und tschüssi. Kowski. Gut. Dann nehmen wir den. Ja, bekommst du noch Gasmus, oder was? Sorry. Okay. Dann nehme ich mir Zeit. Wo geht der hin? Dahin. Gehen wir auch dahin. Und schön getroffen. Wisst du wo? Blablabla bleiben. Genau, blablabla bleiben. Genau. Da bleiben. Nein, natürlich. Die Bächen. Oh, das macht ja nicht viel. Okay. Dadada. 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 Ich seh'n Checkpoint. Das ist doch schön. Juhu. Und das ist jetzt auch nicht so schwierig, ne? Heide Witzka. Heide Witzka. Checkpoint. Äh, mein ne. One-Up nicht geholt, aber es ist ja eh egal. Wenn ich dann neu starte, habe ich ein ewigen Uhr für ihr Leben. Also, was soll's? Hi. Wie geht's? Ja, ja, ja. Noch tanzt du. Ehehe. Bapapapa. Papa hat gesagt, ich soll Acht geben, dass dir nicht noch ein großer Stern in die Hände fällt. Hö, ist ja Zeit für meine brandneue Mellin. Maliziöse. Maliziöse. Ich mache es mir dann mal in meinem Cockpit bequem und geniesse deinen explosiven Untergang. Tja, den Untergang kenn ich und das wird deiner sein. Gut. Ich nehme mal hier so eins. Und dann lass mich schweben. Läuft. Äh. Ach. Äh, was? Na gut. Nehmen wir halt nochmal, wir haben ja Zeit. Wie heu. Ho! Da da da. Da da da. Bäm! Ich dachte es sei schwieriger. Aber nicht einen Tag vor dem Abendloben. Okay. Fug dich aus. Und langsam geht's. Könnte schlimmer sein. Achso. Oh! Den habe ich nicht kommen sehen. Achso, das saugt die Wolken ein. Da müssen wir auf was achten. Hm. Herz aller Liebsten, ne? Äh. Ich wollte einfach den Weitsprung. Aber gut. Swannap habe ich jetzt auch. Hat nicht ganz gereicht. Aber das spielt auch keine Rolle. gut. Ja, ich weiß. Danke, dass man das überspringen darf. Sehr nett. Sonst wär's mühsam. Ähm. So. Nächste Etage. Herrenkonsole. Äh. Unterwäsche. Spielekonsole. Herrenkonsole. Ja, wieso auch nicht? Nein, natürlich nicht. Multisexy. Äh, ja. Die tun uns eigentlich nichts. Das ist interessant. Äh, hallo? Ich will doch gern das hier haben. Okay. Chill dein Leben. Ach, das, ey. Jedes Mal kommt hier was Neues dazu, ey. Woher hätte ich denn das wissen sollen? Okay. Peanuts. Der Peanuts für uns. Bababam. Und nochmal. Bäm. Das ist nochmal Treffwasser, ne? Äh, Zielwasser. Gut. Den Rest kennen wir. Ich hab sogar noch eine vor. Juhu. Spart mich eine halbe Sekunde. Jo. Und Jo. Äh, ja. Man kann nicht stampfen in der... Dingensattacke. So. Dann tobt dich mal aus, mein Liebchen. Tick der wieder aus. Äh, ja. Also ich war ja oben. Wieso ist die Wolke kaputt gegangen? Darf ich das mal wissen? Wir werden allein schon zehn Leben brauchen, bis wir ihn... ...den die Masche von dem rausgefunden haben. Alter Schwede. Geht zu Ikea. Auf ein Regal. Richtest dir ein. Genieße es. Wohne darin. Oder so ähnlich. Keine Wolke mehr. Ja. Höhöhöhöhö. Aber wir kriegen ja noch eine. Keine Vorgeschmack auf die Hüpfelgalaxie, ne? Okay. Das wird dann richtig hart, denke ich mal. Und gibt's auch einmal normal und einmal, äh... ...ohne Extras. Okay. Der schießt nur nach geradeaus. Das ist... ...praktisch. Quadratisch. Gut. Okay, das saugt... Was?! Wo bin ich denn jetzt reingeschampt? Hab ich was noch nicht gesehen? Ich glaub, die hat eine Kugel geschossen. Ja. Toll. Ich kann nicht auf jedes... ... jedes Pixel hier achten. Sorry. Die Mim... Oh. Echt jetzt. Echt jetzt. Ich bin grad mal mit der... ...Pixel von... ...Ju angekommen. Aber gut. Tss. Okay. Wenn's denn sein muss. Man hat mich geholt. Waaah. Wenn wir brennen. Ne Wolke auf... ...übrig. Übrig. BAM. Dann mal nach oben. Ich weiss nicht, der Boss... ...häh. Hey! Der Boss annimmt für sich. Das ist gar nicht mal so schwierig. Das Gefühl. So, aber reicht eher, dass man von allem anderen getroffen wird. Ja, ich weiss, dass das als ganzes als Boss zählt. Wie weisst du, was ich meine, ne? So. So. Das geht knapp. Hat noch gereicht. Ich bin richtig ein Timing-Freak. Okay. Von mir aus, dann hast du jetzt eben Räder dran, also Raupen. Ich will nur kurz das hier holen, dann bin ich wieder weg. Du hast mir gar nichts. Nicht jetzt? So eine fiese Socke ist das heute? Wie fühlen wir denn da, da? Ah, da! Lässt du mich wohl mal? Ich habe jetzt kein... An die Wolke mehr. Arsch. Äh, Wolke, 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 da. So. So. Ich brauche mich mal. Nee, das machte keinen Scheiß mehr. Ich muss ja hier noch den Weg rausfinden, ey. Das ist nicht mal so leicht. Ernsthaft. Ich übertreibe es einfach, ne? So. Ich sehe noch, was ich diesmal besser hinkriege. Mal interessant, der Boss. Das muss man ganz... ...ehrlich sagen. Nervig, aber originell. Alter, ihr nervt. Es gibt nicht viel, was nervt. Aber ihr nervt. Und zwar gewaltig. Kann ich mich hier suchen, oder was? Nein, überhaupt nicht. Aber nervig genug. Gut. Und... Und... BAM! Eleganz hat einen Namen. Let's bleiben. Quasi. Nicht ganz. Überhaupt nicht. Ein wenig schon. Gut. Stern. Insist. Den nehmen wir... ...mit Freude an uns. Wenn ich ihn dann... ...bekommen würde. Danke. Jo. Somit habe ich mir diese Galaxie ziemlich komplett. Außer ihren Schaben auch kommen, die vielleicht noch kommen. Mal sehen. Dadadada. Dadadada. Thank you. Sehr nett. Aha. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hab ich mir schon fast gedacht. Das war's.